Und in der Region Zürich, Stau auf dem Nordring, Richtung Bern, ab Seebach. Und ein bisschen Lust, so einfach, weil es lustig ist, mit mir zu spielen. Drei vor fünf spielen wir noch vor dem Viertel vor zwei, hier auf dem Eins. Wir spielen um ein DAB Plus Radio mit einem Quiz, wo sie drei vor fünf Fragen richtig beantworten. Die Schiedsrichterin ist schon unterwegs. Sie machen sich hoffentlich rauf weg und spielen mit mir. Via 0848 440 222. 0848 440 222. Und das hier, das ist Schweizer Musik. Megawatt für die Ewigkeit, Dau vom Eins. Schweizer Musik da auf dem Eins am Mittwochnachmittag. Das wäre nicht der richtige Jingle, sondern wir machen Verkehrsnachricht. Vorsicht in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sarganz. Zwischen der Raststätte Heidiland und Bad Ragaz besteht Gefahr durch ein Reifen auf der Fahrbahn. Und weil wir da gerade schon so ein bisschen in den Pannen sind, wir müssen umswitchen, hier bei SRF 1. Die Telefonanlage funktioniert nicht so, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Für unser Spiel, drei vor fünf, wechseln wir auf WhatsApp Call. Sie können uns anrufen auf 079, 132, 132, 131. 079, 132, 132, 131. Und so hoffen wir, dass wir eine Kandidatin, eine Kandidat aufschalten können, die gewillt ist, ein DAB Plus Radio zu gewinnen im Quizspiel 3 vor 5, hier auf dem Eins. Und so hoffen wir, dass wir eine Kandidatin, eine Kandidatin, eine Kandidatin,